Der Pöler Triathlon steht in den Startlöchern. Der Startschuss fällt am Sonntag um 14 Uhr. Bis jetzt haben sich rund 500 Starter angemeldet. Wer kurzfristig noch teilnehmen möchte, kann sich am Wettkampftag von 10 bis 12 Uhr noch vor Ort anmelden. Aufgrund des Triathlons kommt es zudem in der Zeit von 13.50 Uhr bis 16.30 Uhr zu einer Vollsperrung der S297 von Blauen Altgriechwitz bis zur Kreuzung S297-298 Herrlersgrüner Straße.